Viva la America! Was? Passt gar nicht? Herzlich Willkommen hier bei GTA Online! Heute mit dem Monster Truck Super Challenge! Wir wollen Stunts in Blank Count, die wir an der Saraza noch in der Half-Life entdeckt. Und es gibt vieles zu zeigen hier bei dem Unabhängigkeits-Update. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ja, Wale, zeig doch mal deine Fahr-Skills mit dem Liberator. Bam! Wollen wir erstmal den Dings weg und los geht's. Der Tobi ist natürlich auch noch dabei. Der Benni ist dabei von den Supermassives. Der Curry, äh, der Saraza, den kennen wir ja alle, ne? Der muss ja, der ist ja immer dabei. Und natürlich meine Wenigkeit, der Mafu, die Nervensäge persönlich. Ja, Mann! Was? Er ist wieder da. Boah, ist voll geil, der Liberator. Wollen wir noch mit der Blank County? Ne, Wale, komm mal mit, komm mal mit, dreh mal um. Ich zeig dir das, bitte. Wir müssen zur Haft-Pipe. Ja, ich wollte die Haft-Pipe. Komm mit. Genau, auf jeden Fall. Lass zur Haft-Pipe düsen. Müsst ihr aber nacheinander machen, sonst passt das nicht. Ja, pass auf, zeig dir das. Komm mit. Ja, den Liberator haben wir jetzt auf jeden Fall für immer am Start. Ist ziemlich geil eigentlich. Die können wir jetzt immer irgendwie anwenden. Und der ist super nice, seht ihr jetzt hier. Oh, Alter. Da hat tatsächlich ein Auto Paroli geboten. Boah, Alter. Ich muss hier gerade noch mal ein paar Autos platt machen, sorry. So einfach nur so zurück in die Massage. Bist du bereit? Ja, gönn dir. Denk dran, du musst erst genau. Ja, ja, ich weiß. Da nach hinten. Ja, ja, Moment. Warte, warte, warte. Warte, wir setzen uns mal hier hin. Und, äh, ließen die Show. Bin ich mal gespannt. So, Walle, pass auf, so geht das. Nein, reinfahren, nicht reinfahren. Ich hab den jetzt gerade perfekt platziert. Nee, 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 alles cool, ne? So, langsam zurück. Mit Gefühl. Und dann mit voller Wucht nach vorne. Ja, Moment. Alter, wie hochflickt der? Das hättest du trotzdem geschafft. Der ist so wendig. Warte, warte. Noch einen Versuchen, dann macht der Walle das mal. Alter, du kannst den Innenluft drehen, du kannst einen Kickflip damit machen. Geil, da kann man noch vor die Skateparks Action machen. Geil, dieser Gurkart hat Feuerwerk gemacht. So, warte, jetzt ein Gurken. Das Gurken, Alter. Gurkenfeuerwerk. Ja, pass auf, Tobi. Jawoll, na, komm, 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 komm. Ja, looping! Boah, man, geil, 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 geil. Ich mach mal, geht das, warum dauert das bei dir denn so lange, bis er sich dreht? Muss lang, mit Gefühl nach hinten, mit Gefühl nach hinten. Warte, ich muss doch jetzt mal gerade am besten sein. Ja, und dann mit ganz, ganz wenig Geschwindigkeit nach hinten. Ganz langsam. So, und jetzt nach voller Wucht nach vorne. Nee. Absolut. Oh, ich brenne. Du standst im Weg. Im Weg? Warte, geh mal da weg, kurz. Da ist auch ein Raum drin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich will hier Feuerwerk machen. Nein, Benni. Boah, der dreht sich ja so schnell. Oh, nein. Oh, nein. Das gibt Schläge, Alter. Ach, nein, Lasergurke. Wo ist der? Ja, warte, wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen. Ja, zum Glück. Will mitfahren. Huch. Komm mal den Saratau schnell ab hier. Wo ist er denn? Nee, ich bin direkt da. Wo ist er denn? Ach, hi. Wo ist er denn? Ups. Alter. Aber, aber Tobi. So, jetzt. Entschuldigung. Ich schieb den mal, warte mal, bleibt mal da stehen, weil er sonst... Das ist eh unserer, das war der vom Avenger, ne? Das ist doch mal, oder? Geil. Geil. Der blaue. Der Avenger hat ja den schon umgefärbt irgendwie, ne? Springt ruhig rein. Oh nein, die Bullen. Kann man da nur einer mitfahren, immer das ein bisschen doof, ne? Ja, leider. Das wäre geil, wenn da so... Boah, der als als massenkompatibles Auto, Alter. Das wäre geil. Dann die Heismission damit. Schieben wir erstmal weg. Das wäre geil, wenn wir da von so fünf Stück... Stimmt, bei den Heismissionen ist der natürlich sau nice. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Karre hier drin steckt. Ey, das update muss es auf jeden Fall Silvester geben, ne? So, ob das reicht. Achtung, Benni. Du kannst auch über die Rampe fahren, die da vorne ist, ne? Ja, machen wir, komm mal. Komm mal, machen wir mal. Achtung, Curry. War auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid gesagt. So geil titschen. Ja, schon haben wir, der Wagen, ey. Der kostet aber 780.000, glaube ich, fast. Da musst du schon... Oh! Jetzt so'n Grind. Ah, schade. Wir machen jetzt Street Style. Seid ihr in ihr da hochgekommen. Ach so. Der Lasercooki soll den andermal holen, der Avenger. Bubi ist gestorben. Oh, hier am Kopf. Oh, die Bullen hab ich gekillt. Oh, Alter! Und dann nach hinten ins Dick. Da machst du Looping. Du kannst sogar zwei Looping schaffen. Du musst genau gerade in der Halfpipe stehen. Ja, dann haben wir den Kopf am Arsch. Ja, scheiß drauf, Alter. Bei dem Ding machen die nichts. Über die Kopf am Arsch. Warte, warte, warte. Und jetzt langsam, langsam zurück nach... Ich muss jetzt mal gerade in die Halfpipe, Brian. Das ist echt jetzt mal gerade in die Halfpipe. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Gerade, gerade. So, jetzt bin ich ganz langsam. Und jetzt volle Wucht nach vorne und dann alles Sieg nach hinten ziehen. Dann ist sie, nein, schade. Wow! Oh, 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 oh. Weil ganz auf jeden Fall einiges noch trainieren. Kann das Krimen. Die Halfpipe-Challenge hier. Na. Äh. 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 Moin. Der Curry kann das geil, pass mal auf. Los Curry. Standfahrer Curry. Ich mach Feuerwerk. Ich mach Feuerwerk. Ich mach Feuerwerk. Warte. Geil. Dann mach jetzt die Scheiße mit Mama. Wie der alle die Watch-Up-Stor... äh... Steuerung da drauf hat. Story im Wolt. Ja voll. Ach du mal, das sieht voll nice aus, wenn der da jetzt hoch springt. Mach Feuerwerk. Ich werd jetzt entschossen. Yeah, Tobi. Hä? Curry. Oh, Spieler fort. Kevin. Spieler fort. Kevin. 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 Der rennt einfach weg. Kevin. Der rennt einfach weg. Der ist, glaub ich, grad aus dem Netz geflogen. Das ist ein Charakter, der jetzt wegrennt. Wo ist der? Der antwortet dir auch nicht im Test. Curry. Da kann ich noch in GTA zu liegen. Curry? Currywurst. 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 Currywurst ist weg. Mit dem Monster Truck in der Haftpipe, Alter. Ist schon geil. Ach komm, dann machen wir erstmal wieder ein bisschen Partyfeuerwerk. Jetzt hier, pass auf! Ja! Hallo? Oh, der ist auch nice. Oh. Alter, geile Bilder. Da ist, äh, da ist Feuer. So. Oh, oh. Alter. Oh, oh. Au! Nehmen wir euch alle mit in den Tod. Dennis! Juuu! Dennis! Hat er echt? Oh Gott. Der gute Liberator. Alle erledigt. Es tut uns schrecklich leid. Tja, das war ein kurzer Spaß. Es scheint wurde ihr Fahrzeug gestört. Ach, naja, gegen, ne? Gegen. Gegen, Benni. Komm, jetzt machen wir die Cops tot. Alle die Cops killen hier. Es gibt ja auch noch, äh, hier, das ist Sonny. Ich mach sie fertig. Benni. Benni, bleib mal stehen. Ich bin im Passiv. Nein! Ich will grad noch mal einen neuen, äh, antiken Kavallerie-Dolch an dir ausprobieren. Oh, in den Rücken. Ja, ich find's nicht schlecht. Der antike Kavallerie-Dolch. Ich mach jetzt so ne Review bei Spiegel. Wie bei Assassin's Creed ist es ja. Ja, genau. Ach, mit dem hab ich ja eh noch ne Rechnung offen. Ah, schön. Zweimal in den Bauch und das war's. Abwarten, Tobi, ne? Abwarten. Wo sind die Currywurst jetzt? Ja. Ach, da bist du ja wieder. Der weiß doch, der ist der schnelle Nachjoiner, der Curry. Boah. Alter. Kommt der da von hinten an gerade, der Curry. Benni, beruhig dich. Ja. Hm? Ja? Benni, ich beruhig dich. Benni, ich beruhig dich. Ja? Ja? Boah, alter Curry. Das war nicht der Benni, das war ich. Du bist... Ja, wenn du so'n... So'n Vogelkopf auf hast. Nee, du hast den Vogelkopf auf. Nein, du... Ach, du bist der Wolf. Ich bin der Wolf, Mann. Ich bin der Böger. Wer... Wer bugt denn da immer so rum? Irgendjemanden verstehe ich überhaupt nicht. Hallo? Ich komme... Ich muss... Ich muss dein Haus weg. Na? Oh mein Gott, ey. Hui, wer war das denn? Wenn das mal nicht die Wurst war. Da war ich doch. Was ist das denn? Nimmst du mich mit, Kevin? Nee. Ja, Tobi kommst du rein. Ja, dann, wenn du... Wer soll denn du mich rein? Ja, gut. Ruhm ich mir auch mal ab hier. Ich kann's... Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Mit zwei Türen. Ja, geht doch. Oben drauf. Ab in den Kopf. Da gehört er eben. Hi. Geh, Tobi. Warte. Du bist noch mit so'n Gagball im Mund. Boah, die ist sau nice. Was? Du hast schon Ründe. So pisst dich denn jetzt. Boah. Boah. Ja, die ist echt nice, ne? So im Nahkampf kannst du da richtig mit ablassen. Boah. Das ist kassiert voll. Was? Echt supergeil. Was? Hi Tobi. Ach. Ich hab jetzt gerade einfach mal Amok geschwoten. Gut, dass ich die Macht hab. Scheiße, der Wagen ging fest. Dennis. Ich komm wieder mal raus. Beeil dich. Dennis. Ich hab hier übrigens auch neu die Sturmschwundfronte. Nur um es mal zu übernehmen. Warum? Was geht mit Avenger schon wieder? Der Avenger, ne? Hätte ich lieb, der Avenger. Avengore. Ich hab gern mal mit dem Monster Truck nach dem Blink-Kong gefahren. Play Massive! Play Massive! Machen wir jetzt hier wieder Deathmatch, weil da mach ich nicht witz, ich hab nämlich kein Geld. Ich hab ein Dash-Match. Ich hab 1129. Aber den baller ich trotzdem. Oh, Alter! Gut, dann werd ich mein Snipe-Gewehr wohl auspacken müssen. Wen haben wir denn da? Der Geil hab ich im Obenkopf. Sollten wir nochmal den Monster Truck holen, finde ich, oder? Ja. Ein bisschen Monster Truck Action, weil darum ging's ja in dieser Folge. Jetzt sind wir natürlich wieder ins Deathmatch geraten, aber ich finde, wir sollten das noch ein bisschen zeigen, oder? Können wir uns aber in der nächsten Folge noch abbrennen. In der nächsten Folge zeig ich euch noch etwas, was richtig cool ist. Ähm. Wirklich. Ähm. Ähm. Da bin ich auch mal gespannt, Alter. So, warte mal grad. Hol den Monster Truck. Ich muss jetzt erstmal wieder den Monster Truck spendieren. Und zwar, äh, es gibt's da ein Problem. Ja. Und zwar müssen wir den erst holen. Oh. Weil ich kann jetzt bei Pegasus anrufen. Aber die... Ja, das wär super. Ah, dann sind wir ja. Dann sind wir ja direkt bei den Bergen. Helikopter. Du, du, du. Mhm. Ist klar, Benni. Hallo, ist Pegasus Lifestyle Management? Oh. Warum hab ich so einen Kops am Arsch? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab mit dem Mann nichts zu tun. Ich hab einfach nichts gemacht. Voll der Payset. Wissen. Ach, da ist der Curry. Ich hab mich grad schon gefragt, da kann mein Auto angeflogen. Hi Curry. Warum willst du mir immer das Auto klauen? Warum steigst du nicht einfach dazu? Das ist nur mein persönliches Fahrzeug. Wollte ich gar nicht. Hör mal hier Half-Pipe-Bashen. Okay, der Liberator ist am Strand, Leute. Alter, hör auf zu schießen. Half-Pipe-Bashen. Da gibt's auch eine Half-Pipe. Helikopter ist nicht. Liefern sie nicht. Das Ding ist, wahrscheinlich ist der Liberator jetzt angeblich am Strand. Aber beim letzten Mal, als wir den geholt haben, war der dann auch wieder im Vor. Ach, Avenger. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Es kann also sein, dass wir keinen Spaß mehr haben werden in dieser Folge mit dem Ding. Was? Bring mich mal da hin, wo ich's markiert hab, Alter. Das wär freundlich. Wo wollen sie denn hin, junger Mann? Dann fahren wir mit dem Liberator. Ah, da kommt mein Heli. Was mit dem Vibrator? Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Ah, der Benni hat nen Heli. Der Benni hat nen Heli. Der Benni hat nen Heli. Wir sind schon da gleich. Wir sind einfach cool in mir hier. Ja, aber warte mal Benni. Es kann sein, dass wir eh nochmal zum Vor müssen. In die andere Richtung muss. Nee, war eigentlich okay. Schnell weg hier. Naja, egal. Benni hoch mit der Kiste. Oh, das ist ein Kopf am Arsch, hab ich gehört. Ja, so ein bisschen. Aber wenn du gleich dein dickes Teil da kriegst, dann... Ich fehle noch, Benni. Alter. Wenn du gleich dein dickes Teil da kriegst dann. Ich hab nur drauf gewartet, dass da was kommt. Das sagte er, als ich mit dieser Lady in einem Fahrzeug saß. Tobi seinen geilen Stiefeln, ey. Da geht ja nach. Ich bin der große, böse Wolf. Danke. Aaaaah. Da kommen wir hier irgendwo hoch, sag mal. Ja, du bist fest die ganze Zeit falsch. Was ist mit dir los? Weiß nicht. Bist du wieder besoffen? Ja. Was? Wo soll der hier sein? Äh, wir haben den einfach umgezogen bis vom Westen. Das ist ja auch nicht, ne? Nicht zu einer geilen Stelle bringen. Ja, der Bay ist. Okay. Was? Kannst du die mal markieren? Wie, das ist ja voll ne Verarsche, alter. Gib mal hin, Cory. Ja, das kriegen wir jetzt nicht zu einer geilen. Den liefern dieses Fahrzeug. Komm, mal, wenn die haben wir uns aber mal ein schelligeres Auto das verlässt. Weil die hier die... Markiert. Mit dem Liberator, äh, Liberator fahren wir dann dahin. Zu dem Punkt, zu dem ich euch... Im Notfall machen wir Feuer, als Feuerwerk noch zum Abschluss. Ein etwas ganz besonderes. Das machen wir in der nächsten Folge dann, ne? Aber erst mal jetzt gleich hier, probieren wir nochmal den Liberator zu ticken. Liberator. Etwas, wo man unsterblich ist. Oh. Wie ich sagen, Cory? Markierst du das mal gerade, wo wir hin müssen? Ja, ja, ich bin gerade dabei, ich weiß es noch nicht. Etwas unsterblich, das habe ich gesehen. Pssst. Habe ich gelesen. Pfff. Da wurde er mir jetzt den Liberator angeknallt. Äh, Benni? Der Liberator ist einfach nicht aufgetaucht. Der da unten, ja. Der nicht da? Äh, er will mich. Ja. Und wir gleich umsonst hin? Ist er denn da? Der ist gar nicht da, oder? Weiß ich nicht. Der Liberator ist nicht da. Ne, Curry, der ist nicht da. Du bist umsonst rausgesprungen. Äh, was? Wie, wie, der ist nicht da? Sag nicht. Wie er so drauf gegeiert hat, weißt du? Weißt du? Ja, was mach ich jetzt gegen eine Wand? Flieg jetzt einfach weg, äh, Benni. Einfach nur aus dem Liberator. Einfach nur aus dem Liberator. Ich meine, das war ja ganz lustig, aber ich hätte gerne noch mehr gezeigt davon. Aber das machen wir sowieso noch in den nächsten Folgen. Dann würde ich sagen, würde ich vorstellen, machen wir hier noch ein geiles Feuerwerk hier. Wow, eine Ego-Perspektive. Wenn wir den Curry haben. Oh, geil. Komm, machen wir hier an der Street-Style. Komm, lass den Feuerwerk machen, weiter. In der nächsten Folge gibt's dann etwas, was wirklich spektakulär ist, Leute. Da. Hey, kannst du fliegen, Benni. Was mit dem Curry? Das sehe ich einfach zurück, ey. Benni, wir werden beschossen, Benni. Ihr seid so böse Menschen. Fontaine. Da drüben ist der Curry. Mal den Superknall checken. Ich hab leider nicht alles. Ich hab nur von... Nee, das bin ich nicht. Ich bin hier. Ja, genau. Bunkeri. Youngens. Was ist, wenn ich die alle hinsetze? Kann ihr die dann nach und nach... Ja, du kannst ja alle auf einmal abbrennen, ja, ja. Cool, dann können wir hier... Dann warte ich noch. Platzieren wir hier ein richtig geiles Feuerwerk machen. Abzudem, aber man kann nur 50 blöd, dass jetzt jetzt ein bisschen Tag wieder wird. Leider. Ja. Weißt du nicht, der LKW würde sich bitte zurückhalten, junger Mann. Geht der LKW auf dem Feuerwerk? Du musst mich verarschen. Ja, der LKW... Mach mal weiter, Junge. Oh, jetzt hab ich's außerdem abgebrannt und nicht hingeguckt. Wisst. Dann guck hier drüben, ich hab auch noch. Ja, warte doch mal, wir wollen das aufziehen, das Feuerwerk. Genau, die Jungs wollen das aufziehen. Ich hab auch noch einiges am Feuerwerk dabei, also immer mit der Ruhe, kleiner Dennis. Danke, Papa Sarraza. Ich möchte übrigens nochmal ganz offiziell verkünden, dass im Menschen-Trailer der Sarraza wieder einen Hundewitz gemacht hat. Im Menschen-Trailer? Im Menschen-Bild der Emotionen? Ja, 2017. Mit, äh, Günter Jauch. Auf RTL. Ne, äh, fand ich nicht gut, ne? Also, wollte ich nicht mal gesagt haben. Und ich hoffe, du hast jetzt extrem schlechtes Gewissen. Natürlich. Kennst du mich doch. Kennst du mich doch. Kennst du mich doch. Ich bin immer... Könnt immer weinen. Weinen, weinen, weinen und weinen, die ganzen Tag nur weinen. Du hast ja die Fontänen gesetzt. In so einer Hütte hier wohnt der Walle gerade. Sternenexplosion, das hab ich ganz geil. Kometenexplosion. Fontänen aus, äh... Ach, da hab ich keinen mehr. Und... Und... Blau? Äh... Was denn? Ne, ne, ne. Ne, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht drüber reden, ab und zu. Mal verschwinden die Feuerzeuge mit... Feuerzeuge? Die Feuerwerke mit der Zeit? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Walle, mach doch mal dem LKW der Platz, hm? Eine Sekunde. Oder er will dann Monkey Ass runnen. Ey, mein Auto ist gerade verschwunden. Von oben kommt gerade ein Flieger. Das ist etwas... Weiß ich nicht. Okay, wollt ihr es euch von oben anschauen? Ach, da oben? Guckt mal, wer da kommt. Ah, da kommt der. Die Wurst. Das James Bond. Oh, alter. Oh, alter. Oh, alter. Gute Landung. Flupige Landung, hm? Okay, seid ihr bereit fürs Feuerwehr? Ja. Ja. Okay, Tobi, ready? Tobi, ready? Tobi, ready? Ja, ja, ja. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ja. Hallo. Aber ruckelt bei mir voll. Ja, ne? War voll sche... scheiße. Ja. Ja, die Sterne. Dann stecken wir alle hier ins Auto. Damit fahren wir dann in der nächsten Folge zu dem Punkt, wo ich euch etwas zeigen möchte. Dennis? Oh. Ja. Dennis? Ja, Tobi, ich guck dich an. Was ist doch mit dem Helikopter fliegen? Dennis, nein. Ne, das geht nicht mit dem Helikopter. Tschüss, Tobi. Helikopter. Na gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Bis dahin mit vielen Überraschungen und weiteren Vögeln, Jungs. Tschau. Tschüss. Tschüss. Au, Kacke. Also war richtig geil hier mit dem Monster Truck in der Halfpipe rumdöseln. Dann leider ein bisschen Malheur passiert, das Ding im Arsch, die ist mir geliefert worden. Dafür unglaublich krasses Mega-Feuer-Werk. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin.